Besser als Watch Dogs in dem Fall. Wow, ich lasse schon, ich fall hier runter. Ich fall hier wirklich runter. Ja, und Minecraft nach 700 Folgen fast ist und bleibt dasselbe. Da wird sich auch nichts ändern und, ja, ich bin ja gespannt, was noch so für Patches für Minecraft rauskommen in den nächsten Monaten, Jahren. Ich bin ja gar nicht mehr so hinterher, muss ich sagen. Ich bin echt gar nicht mehr so hinterher bei Minecraft. Meine richtige Hardcore-Minecraft-Spielzeit ist auch schon mittlerweile vorbei. Jetzt, glaube ich, damals so aufgehört, als ich das so ein Jahr, nachdem ich jetzt Play angefangen habe, also vor einem Jahr oder so, habe ich dann das letzte Mal so richtig Hardcore-Minecraft gesuchtet. Und mittlerweile mache ich es echt nur noch zum Displayen, weil, ja gut, ich kenne halt alles, ne, es ist nichts Neues mehr. Manchmal kommen neue Dinge dazu, so neue Zauber, so Mechanics und sowas da alles, wo es gibt, das kenne ich mich gar nicht aus. Es gibt ja diese Blöcke, die irgendwas auf irgendwelche Dinge machen, da kenne ich mich gar nicht aus, aber auch, ey, überhaupt keinen Bock, mich damit zu befassen, weil es nicht mehr in der Welt ist. Ähm, ja, ansonsten, ist Minecraft mir ja sehr wohl vertraut. Wir haben jetzt Player noch viele Dinge nicht gemacht, das weiß ich genau. Viele Dinge, die wir noch machen müssen. Zum Beispiel den End-Boss, den Müffern müssen wir noch killen, haben wir noch nicht gekillt. Wir müssen noch auch mal was aus, ähm, wir müssen dem Nevermann ein bisschen hier von dem Zeug suchen hier, von diesem, na, wie heißt es denn? Quarz und müssen da mal mit für irgendwas bauen, haben wir auch noch nicht gemacht. Wir müssen doch so viel eigentlich tun, wir wollten auch eine Kirsche bauen, wir wollten das noch bauen und dies noch machen und das würde alles doch eine Menge, Menge Zeit in Anspruch nehmen. Ja, da zwischendurch auch mal die Pause, jetzt, äh, dann hatten wir mal eine Woche, jetzt nichts als ich Urlaub war und lauter so Dinge und, ja, ich glaube, wenn wir die Pausen alles nicht gemacht hätten, ich weiß gar nicht, wo der Rahmschnitzel momentan ist, mit seinem Display, der ist, glaube ich, schon bei 750 oder so, wir hatten ja, ich hatte ja mit dem Rahmschnitzel gleich, ein gleich langes Let's Play, bevor ich die Pause hatte und was weiß ich nicht alles, da hatten ich mit dem Rahmschnitzel ein gleich langes Let's Play, what the fuck. Und nach meiner Pause und dann nach dem und dem ist es natürlich immer weiter auseinander gegangen und mittlerweile hat er einfach mal 100 Folgen mehr, der Drami, und er baut so gut, er baut so gut, er baut so gut, ich habe auch so gut bauen können. Das ist doch eine neue Gegend da drüben, das will ich jetzt mal genau ans Auge nehmen, wenn ich immer so lange zurücklaufe, dann kann ich auch mal in die neuen Gegenden switchen. Lava, 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 Mr. Lava Lava. Wow, ok. Was ist das denn hier? Für eine strange Gegend. Aber nur riesige Berge mit Lava. Na gut. Ich habe jetzt irgendwie was toll aus. Ah, hofft. Autsch. Aber dann doch nicht. Und hier geht genau die Strecke ab. Und hier ist ein riesiges Meer. Warum auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht, was der alte oder was der neue Biom ist. Kann ich euch nicht sagen. Sind wir noch richtig? Ja. Es fehlen noch 2000 Meter. Dann sind wir wieder da. Und ich verfolge jetzt einfach mal die Gegend hier. Da, das ist ja. Aber die ist ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Was da drüben ist wahrscheinlich die neue Gegend. Ja, das sind Doppelpflanzen. Das ist die neue Gegend und hier ist die alte Gegend. Uups. Und schon sind wir in der neuen Gegend. Yay. Ach, das ist Farn. Ah, ach so. Habe ich schon gewundert. Warum bleibt das nicht? Was haben wir denn hier noch um die Ecke? Na gut, das ist nichts Spannendes jetzt. Ähm, machen wir mal ganz kurz ein Workbench, ein Workbench, wir machen ein Workbench, ein Workbench. Und fahre noch ein wenig weiter. Oh mein Gott, warum habe ich dieses Lied im Kopf, das ist so penetrant. Das ist so eine spannende Begeisterung. Aber ich finde es sehr gut, dass wir nur diesen einen Streifen hier, also als ich nur den Streifen hier geflogen bin, weil das da drüben ist alles unerforscht. Und jetzt, das gefällt mir sehr gut. Hey, come on. Leider ist da mal hier drüben zum Beispiel, in einem neuen Biom. Ist das ein neuer jetzt? Rein logisch müsste es einer sein. Das sieht aber jetzt... Boah, das ist aber schon... Huch. Ich würde jetzt denken, wir sind so an Interpokalypse irgendwie so gestrandet. Wo bin ich? Hilfe! Nein! So. Yay! Sind uns durch die Gegend rennen. Wuuuuh! Ist das die neue Region? Ich weiß es gar nicht. Die Blumen müssten es eigentlich ankündigen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Blumen sind, die ist auch verändert worden. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube schon, dass wir in der neuen Region hier sind. Ja, okay, jetzt ist ein Rosenbüsch, wir sind auf jeden Fall in der neuen Region. Gibt es hier auch neue Dinge zu erforschen. So was cooles, neues. Ich weiß immer noch, ob so ein Clay- oder Eiszapfbrüscher ist, aber ich will unbedingt, wie es ist, andere Eis haben. Was ja nicht schmerzen, sondern so, das hätte ich so gerne, wirklich so awesome gerne hätte ich das. Aber leider gibt es das nirgendswo. Zumindest nirgends, zumindest nirgends wo ich bin. So. Hopp, 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 hopp. Ich weiß doch nicht wo man das finden soll, ich werde vielleicht noch mal nachschauen. Aber ich meine das ist ja bestimmt nicht so, ja finden sie in der und der Gegend, weil das gibt es ja manchmal nicht so spezifische Arten, wo das finden kannst. Ich finde es ja echt schade, dass man sowas nicht finden kann. LOL Was war das denn? Das sah nicht, das waren zwar Häuser, aber das sah viel besser aus als ein NPC-Dorfer als die gewöhnlichen. Aber muss eins gewesen sein, aber das sah viel cooler aus gerade. Von weiten. Hm. Ist eins. Sah noch so aus. Sah noch cool aus, ist nicht cool. So. Haben sie eine Schmiede zufällig, das wäre jetzt äußerst praktisch. Weiße Pferde haben sie, aber eine Schmiede haben sie nicht. Schade, schade eigentlich. Ich hatte mal lange gedacht, was ich mir abgeworfen habe. So. So. So habe ich schon bei 20% Erfolg schon. 25. 30. 35. 40. Ah, geht doch. Nein. Nein. Na gut. Tschüss ihr Bewohner. Leckt meinen Pudding. Wuuuuh. Wuuuuh. Färdchen. Düm düm düm. Dü-dü-dü-dü-düm-dü. Färdchen dü-düm-düm. Es ist ein düm-düm. Färdchen. Dü-dü-düm. Huah. 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 Du wach. Es werde ich schon sagen, was du kannst. What da... was ist das denn mit der Film Wüste? Pferdchen! Dum 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 Das könnte böse ausgehen. Ein bisschen. Pferdchen! Dum 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 dum. Was wird mal noch so cooles hier? Jetzt haben wir ein Dorf gefunden. Das ist eine Savanne! Geil! Eine Savanne! Das findet man auch nicht so häufig. Leider bringt die mir gerade nichts. Denn wir haben ja schon die Bäume der Savanne gefunden. Aber ansonsten wäre das ziemlich cool. Und es lag gerade ziemlich. Ich glaube, ich muss auf und mit aufnehmen. Die Platte läuft wahrscheinlich gerade voll. Ich erstellen sich komplett neue Weltabschnitte. Deswegen merkt das auch so ein bisschen wahrscheinlich. Zusätzlich. Aber ich glaube, die Platte läuft auch voll. Weil so viel Platz hatte ich nämlich gar nicht mehr. Aua! Ja, sonst gibt es hier gerade nichts zu finden. Ne, alles sehr unspannend. Ja gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es da auf dem Weg nach Hause geht. Vielleicht findet man doch noch ein gutes Biom. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!